Hallo und dein Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus und begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung und heute habe ich ein, ja, Traffic-Mod und zwar Need for Speed Most Wanted Traffic Mod. Das bedeutet, ja, für alle die Need for Speed kennen, ähm, ja, aufgetunte Autos und da habe ich schon mal zwei und zwar diesen Audi, ja, A3 und ein Porsche und ja, warum ich hier mit der Kamera so ein bisschen hin und her schwenke, weil wir werden ein wenig durch die Stadt und die einzelnen Autos uns mal angucken. Das sind nämlich einige, wir sehen auch hier so einen kleinen Citroen und wer sich jetzt fragt, warum ich hier mit der Kamera hin und her schwenke, ja, go to LA, äh, googelt einfach mal mit, äh, diversen, ja, Konsolenbefehlen kann man hier ein bisschen was machen und ja, ich habe es ja immer versucht und jetzt habe ich es endlich hinbekommen. Hier haben wir auch nochmal einen schönen Porsche, das glaube der, oh Gott, oh Gott, ja, der GT. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, muss ich sagen, wir gucken uns den mal ein bisschen genauer an von den Details. Er ist auf jeden Fall nicht ganz so auf der Straße, ja, ein bisschen abgehoben und sehen wir auch ein bisschen was im Inneren. Naja, wir sind jetzt richtig drin, naja, okay, okay, geht schon mal, okay. Dann werden wir einfach mal hier durch die Stadt düsen und die einzelnen Autos angucken. Hier haben wir auch nochmal so, unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link. Hier haben wir nochmal den Audi nur mit einer anderen Lackierung und ihr seht auch, die Motorhaube ist anders. Naja, wen es gefällt, ich werde den auf jeden Fall erstmal so drinnen lassen und lunchen wir mal weiter. Oh, 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 hier ein TT, richtig aufgetunt und was haben wir hier, ein BMW, ein E46. Was haben wir hier auch nochmal, so ein Clio, ein Porsche, hier nochmal ein Audi. Ja, es sind einige Fahrzeuge hier drin, aber halt oft Standardfahrzeuge. Hier ist nochmal ein Audi, nur mit einer anderen Bodykit. Gehen wir mal weiter und wir gehen einfach mal den Weg hier entlang und schauen uns mal an, ob wir da noch ein paar Fahrzeuge sehen. Die kennen wir schon. Polizeifahrzeuge sind auch mit in diesem Paket drin. Wie viel Fahrzeuge insgesamt es sind, das kann ich gar nicht sagen, aber wenn ich sie vergessen habe, habe ich im Vorfeld schon mal ein Bild eingeblendet. Hier haben wir nochmal einen schönen 3er BMW. Mal nicht ganz so, ja, war glaube ich ein M-Paket. Nicht ganz so hoch getunt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Hier einen normalen Audi, aber der ist voll normal im Spiel. Hier nochmal ein... Schick, schick! Gehen wir mal weiter. Also, wenn ihr Lust habt, dann würde ich gerne die Mod-Vorstellung, wenn ich jetzt irgendwelche Pakete vorstelle, zeige, einfach nur so durch die Stadt düsen. Hier in L.A. Und dann gucken wir uns das einfach mal ein bisschen an. Hier ist jetzt ein bisschen weniger Verkehr auf der Strecke. Wir gehen aber, wie gesagt, noch weiter ins Zentrum. Hier haben wir nochmal ordentlich Fahrzeuge. Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? Also, es wiederholt sich sehr, sehr oft, finde ich. Also, ich werde den auch nicht so lange drinnen lassen, das Paket. BMW, Audi und der sogenannte... Hier, ne, der nicht. Und zwar, der... Aber halt immer unterschiedlich, ne? Aber die Spaltmaße, die sind jetzt nicht so besonders. Oder soll das einfach nur eine Lackierung sein? Der... Den hier. Den Renault. Den Renault Clio. Also, es sind, wie gesagt, ich sehe bis jetzt nur vier Marken, die jetzt hier in diesem Paket drin sind. Es kann auf jeden Fall sein, dass es die ersten Versionen sind. Aber, hey, 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 Großmutter. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen sportlicher hat, aber gucken wir mal an. Das ist halt... Äh, wenn man so eine... Er hat wahrscheinlich die Winterreifen hier in L.A. drauf. Äh, ist ja ab und zu mal mit Schnee zu rechnen hier in L.A. Okay, das wirkt auf jeden Fall noch ein bisschen interessanter. Ja. Gut, dann sind wir ja bald beim Ende. Sollte auch nur ein kurzes Info-Video sein. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Mod. Das ist ganz normal auf der Mod-Seite. Und ihr findet, diese oder die Version geht auf der 1.2. Ich denke mal, die wird auch auf der 1.2 Beta funktionieren. Deswegen werde ich da jetzt nicht großartig noch mehr zeigen. So, wie gesagt, das soll es dann gewesen sein mit dieser kurzen Mod-Vorstellung von diesen Fahrzeugen. Und, ja, mit den Worten, meine Runde Need for Speed. Ich werde auf jeden Fall Need for Speed noch ein bisschen zeigen. Ihr könnt ja, wie gesagt, immer abstimmen, welche Autos ich denn zeigen soll. Ja, und, ja, wie gesagt, mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.